Nachdenkseiten Die kritische Website Bolivien – der Putsch und die Involvierung des Bolsonaro-Regimes als sogenannte Stellvertreter der USA Ein Bericht von Frederico Vöggraaf, verantwortlich Redaktion Tweets der Außenminister Ernesto Araujo und Mike Pompeo bestätigen, dass zwischen Brasilien, den USA, die als erste das Regime in La Paz offiziell anerkannten, und den Putschisten in Bolivien eine offen zugegebene ideologische Einigkeit besteht. Die Identifizierung der drei Parteien erreichte ihren Höhepunkt in der Beschreibung, die die Protagonisten sich selbst gaben. Pompeo bezeichnete sich als evangelikalen Krieger, Araujo als Kreuzzügler gegen den Globalismus und der bolivianische Faschistenführer Luis Fernando Gamacho als Auserlesener, der sich zutraut, Gott in den Regierungspalast zurückzubringen. Alle drei vereint die Besessenheit eines fundamentalistischen, sprichwörtlichen Kulturkampfes gegen Russland, China, den Marxismus, den rooseveltschen Sozialstaat, den Klimawandel, die Erdrundung, die Menschenrechte, sowie gegen die sozialliberale Agenda des Feminismus, des Antirassismus und der LGBT-Rechte. Die Chronik des angekündigten Staatsstreiches Der Taifun für ein fundamentalistisch-faschistisches Weltsystem blähte sich in Bolivien auf, als während der frühen Amtszeit von Evo Morales die per Referendum verabschiedete bolivianische Verfassung den Begriff des sogenannten plurinationalen Staates zur vorrangigen Förderung seiner mehr als 30 indigenen Völker aufnahm. Obwohl von Morales einmaliger wirtschaftlicher Prosperität reichlich mit Fründen versorgt, bedeutete der plurinationale Staat indigener Prägung eine Zumutung für die 15-prozentige weiße Großgrundbesitzer- und Viehzüchter-Minderheit, die nach wie vor weitreichende Kontrolle über Militär, Polizei, Medien und die stockkonservative Kirche im bolivianischen Nordosten behielt. Im Jahr 2008 inszenierte diese Minderheit ihre erste Kraftprobe mit der Regierung Morales. Als Protagonisten der damaligen Konfrontation traten Gouverneure und Bürgermeister der als Halbmond bekannten Region um Santa Cruz, Tarija, Beni und Pando sowie aus Chukisaka auf, die den Verfassungsentwurf der Regierungspartei MAS ablehnten, autonome Regionalregierungen forderten und mit einer Abspaltung vom restlichen Bolivien drohten. Am 11. September 2008 wurden bei Porvenir im Regierungsbezirk Pando mindestens 16 Bauern als Morales-Anhänger von einer Gruppe unbekannter Militionäre umgebracht. Wenige Tage später stellte sich heraus, dass es sich in Wirklichkeit um mindestens 30 Tote und mehr als 100 Vermisste handelte. Die Untersuchung des Massakers wurde von der Generalstaatsanwaltschaft und einer internationalen Kommission von UNASUR durchgeführt. Evo Morales befahl damals die Ausweisung von US-Botschafter Philip Goldberg. Der US-Diplomat wurde der Aufwiegelung der Opposition zugunsten der Autonomieforderung und der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Boliviens beschuldigt. Wenige Tage später reagierte der damalige US-Präsident George W. Bush mit der Aufnahme Boliviens in eine sogenannte schwarze Liste der Drogenhandel begünstigenden Regierungen. Seitdem bestanden keine vollen diplomatischen Beziehungen mehr zwischen beiden Ländern. Die O-Töne der Putschplanung Eine Reihe von 16 O-Ton-Mitschnitten, fortan Audios genannt, enthüllte bereits Wochen vor den Präsidentschaftswahlen auf der Plattform Dropbox die Vorbereitung des Staatsstreiches durch sowie Absprachen mit Politikern der USA und Israels. Brisanz erhielten die Audios erst, als sie Anfang November auch von internationalen Medien wie der Tageszeitung El Periodico aus Costa Rica aufgegriffen und via Soundcloud bekannt gemacht wurden. Der Destabilisierungsplan war der bolivianischen Regierung bekannt und bildete den Hintergrund von Morales wiederholten Warnungen vor einem Staatsstreich schon wenige Tage nach der angefochtenen Wahl vom 20. Oktober. Wie aus den Mitschnitten herauszuhören ist, war es das erste Ziel der Putschisten, Zitat, einen Generalstreik auszurufen, Einrichtungen der Regierungspartei niederzubrennen und auch die kubanische Botschaft anzugreifen, Zitat Ende. Ein anonym gebliebener Informant bestätigte der Tageszeitung, der Plan sei in mehreren Sitzungen vor den Wahlen vorbereitet und von der US-Botschaft in Bolivien unterstützt worden. In den Audios werden die amerikanischen Senatoren Ted Cruz und Marco Rubio zitiert, die direkten Kontakt zur bolivianischen Opposition pflegen sollen. Beide US-Senatoren der Republikanischen Partei und der exil-kubanischen Szene Floridas haben bisher nicht auf den Vorwurf reagiert. Die langen Arme des Bolsonaro-Regimes In einem der Audios enthüllt einer der Regime-Changer die Unterstützung wortwörtlich der evangelischen Kirchen und der brasilianischen Regierung und erwähnt einen mutmaßlichen, Zitat, Audio Nummer 5 nennt den Vertrauensmann nicht beim Namen. Der Hinweis deckt sich jedoch mit Pressemeldungen vom Mai 2019 über häufige Treffen des brasilianischen Außenministers Ernesto Araujo mit dem fundamentalistischen Oppositionsführer Luis Fernando Gamacho vom Bürgerkomitee Santa Cruz. Ab Minute 8 sagt einer der Putz-Strategen, Zitat, Wir müssen anfangen, uns zu organisieren, um über Politik in den Kirchen zu sprechen, wie in Brasilien, wo es bereits seit langer Zeit evangelikale Abgeordnete und Bürgermeister und sogar Gouverneure gibt, Zitat Ende. In den letzten drei Minuten desselben Mitschnitts wird auch die Unterstützung des Plans durch die israelische Regierung erwähnt. So viel ist jedenfalls dokumentiert. Luis Fernando Gamacho wurde mehrmals von Bolsonaros Außenminister Ernesto Araujo in Brasilien empfangen. Ebenso fanden Gespräche zwischen Lulas Scharfrichter und dem amtierenden Justizminister Bolsonaros Sergio Moro mit Vertretern der bolivianischen Opposition statt. Das erste Treffen zwischen Araujo und Gamacho fand am 3. Mai die letzten Begegnungen in Brasilien im August 2019 statt. Nach den Gesprächen gab Gamacho offen zu, er habe von Araujo Anweisungen erhalten, wie er die bolivianische Verfassung im Kampf gegen die Wiederwahl von Evo Morales nutzen solle und er versicherte, es bestehe eine sogenannte staatliche Verpflichtung Brasiliens in der Angelegenheit. Araujo, der gleiche, der die Wahl Alberto Fernandes in Argentinien wortwörtlich als Sieg der Mächte des Bösen nannte, erklärte nach dem erzwungenen Rücktritt von Evo Morales, es gebe keinen Staatsstreich im Land. Zitat In Bolivien gibt es keinen Putsch. Der versuchte massive Wahlbetrug hat Evo Morales, der angesichts des Aufschreis der Bevölkerung die richtige Entscheidung traf, delegitimiert. Brasilien wird den demokratischen und verfassungsmäßigen Übergang unterstützen. Ein Putsch-Narrativ dient nur dazu, Gewalt anzuregen. Zitat Ende. Das erklärte Araujo. Sergio Moro wiederum führte Gespräche in Portugal mit dem früheren bolivianischen Präsidenten Jorge Quiroga Ramírez und dessen damaligen Vize- und jetzigen Präsidentschaftskandidaten und Morales-Hauptherausforderer Carlos Mesa. Quiroga war sichtlich von Eitelkeit gekietzelt und postete ein gemeinsames Foto mit Moro in seinen Netzwerken. Mesa erklärte, er habe mit Moro über die sogenannte Ausbreitung der Korruption in Lateinamerika gesprochen, was einige Beobachter vermuten ließ, Mesa habe die Absicht, den von den USA geförderten Justizkrieg, auch Lorfer genannt, auf Bolivien in dem politischen Kampf gegen Evo Morales zu übertragen. Quiroga händigte Moro einen Brief aus, in dem er Brasilien dazu aufforderte, den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte nach der Rechtmäßigkeit der Kandidatur von Evo Morales anzurufen. Was darauf folgte, ist typisch für Moro sogenannte Kriegsspiele. Kaum einen Tag nach dem Treffen von Bolsonaros Justizminister mit Kandidat Mesa veröffentlichte die brasilianische Website Dersalive eine Fake-Geschichte mit folgender Schlagzeile. Zitat, Kokainladungen, die in Paraguay beschlagnahmt wurden, haben möglicherweise Verbindungen zu einem Minister von Evo Morales. Zitat Ende. Herausgeber der Website ist ein gewisser Aliandos Santos, bekannt als notorischer Anhänger und digitaler Berater von Jair Bolsonaro's Wahlkampagne. Am 18. Januar 2019 nahm Santos in Begleitung des Bolsonaros Sohn Eduardo an einem Abendessen mit dem ehemaligen Donald-Trump-Strategen Steve Bannon in Washington teil. Die Macht der brasilianischen Sojabarone Zu Gamachos Verbündeten gehören jedoch auch brasilianische Großgrundbesitzer und Sojabarone, die Mitte der 1980er und Anfang der 1990er Jahre über die Grenze nach Ostbolivien einzickerten und mit dem Anbau von Sojabohnen begannen. Sie sind gegenwärtig mit 35 Prozent an der 2,4 Millionen Tonnen schweren jährlichen Ölsaatenproduktion Boliviens beteiligt. Die Sojapflanzer spielen seit Jahren eine aktive Rolle in der rechtsextremen Bewegung gegen Evo Morales und seine Partei. Der in Bolivien eingebürgerte brasilianische Sojapflanzer José Guillerme Gómez dos Reis aus dem amazonischen Pará bewirtschaftet seit fast drei Jahrzehnten 6.500 Hektar Sojaanbau in der Region Santa Cruz und bezeichnet Morales als Diktator. Wie der brasilianische Watchdog für Agrarpolitik De Olho nos Ruralistas berichtete, gehört Gómez dos Reis zur Gruppe der Sojamillionäre, die Gamachos rechtsradikales, evangelikal gesteuertes Bürgerkomitee unterstützen. Die Brasilianer sind mehrheitlich Bolsonaro-Anhänger und beteiligten sich beispielsweise acht Tage vor Evo Morales Rücktritt mit der regionalen Landwirtschaftskammer an militanten Protesten gegen eine angebliche Bedrohung des Privateigentums durch die Regierung der MAS. Die finanzielle Förderung des Po-Santa-Cruz-Bürgerkomitees hält seit 20 Jahren an. Die Spenden erreichten bereits 2005 großzügige 50.000 US-Dollar. Die Militanz der Soja-Borone verschärfte sich jedoch ab 2007, als die Regierung mit der neuen Verfassung die Rechte der örtlichen indigenen Bevölkerung gewährleistete. Was Steve Bannon via Brasilien mit den Ereignissen in Bolivien am Hut hat, ist Gegenstand des kommenden Fortsetzungsberichtes. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.